moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von tutorials und tipps heute haben wir die nummer 8 es geht heute wieder um das thema zum spaceport bitte und da genauer um crusader dort den gasplaneten horizon und in seiner umlaufbahn oder atmosphäre kann man ja dazu sagen der august dunlop spaceport also wie gesagt der weg vom bett zum flieger ich wünsche euch viel spaß bei dieser kleinen und kurzen folge und werde dann mal sobald auch loslegen umstellen so wie ihr sehen könnt wieder im bett wie bei den anderen folgen auch die kommt sich einmal ausstellen so ich mache einen kurzen umblick im zimmer schauen ganz einfach mal schnell durch da haben wir die dusche da haben wir die kücheneinheit ups ist wieder am bett gelandet kleines rubber band so kaffeemaschine haben wir nicht hier da steht zwar irgendwie sowas ähnliches aber nun ja nun dann wollen wir mal los tigern einmal tür auf auch wir haben es nachts okay da geht es nicht unter da geht es runter wie immer zum ground floor quasi in die lobby wie es auch immer heißen mag eben halt immer ganz nach unten hier geht es links oder rechts vorbei raus aus der tür und nach der tür heißt es sofort links halten und nochmal links hier vorne weiter entlang wir achten heute mal nicht auf das ganze schöne was wir hier sehen könnten sondern einfach nur zack den weg hier runter und hier sieht man schon auf dem schild august dunlow spaceport geht es hier hin also weiter auf die plattform hier wartet schon npc so und hier vorne kommt dann gleich ein flieger da kommt er auch schon da müssen wir eben warten dass hier der zugang auf ist dann können wir rein müssen quasi einmal also zur nächsten station und dort dann auch wieder aussteigen sehen können wir jetzt von der reisen hier nicht so sehr viel weil dunkel aber das könnte ja zu genüge erkunden das muss ich ja nicht alles zeigen wo was alles ganz genau ist der weg zum flughafen reicht weil das ist das wichtigste um in die luft und richtig schön ins spiel rein zu kommen lang aber ich habe den eindruck es scheint ein wenig trailer zu werden so gucken wir mal ja in 35 sekunden sind wir da hier steht es auch dran sind wir schneller da als sie hier geschrieben haben oder so jetzt müssen wir ja warten bis er fertig ist und kommt ja doch hin und dann heißt es jetzt aussteigen rechtszeilen zu den fahrstühlen auf die ausstellung gehe ich da vorne mal nicht ein was man da so sehen kann einmal hoch wie gesagt es soll eine kurze folge werden und darum ganz einfach den weg hier vorne kommen wir jetzt gleich wenn die tür aufgeht zu einem weg den wir laufen müssen das haben wir meistens hier ein bisschen durch warum stehen sie heute alle rum könnte der server wohl ein bisschen buggy zu sein aber egal so hier oben kann man schon lesen hangars da sieht man es genau kleiner pfeil hier kann man noch die space welt kaufen also diese wale die figuren davon so und hier jetzt auf der anderen seite da sind dann die konsolen wo wir unsere schiffe rufen können so und dann holen wir uns den kleinen doch mal hier wieder anger sieben anger wählen und ab zum schiff hier hinten ist ein zugang zum hospital aber die scheinen noch nicht so wirklich zu funktionieren weil die sagen einem tatsächlich so hier hat also wieder jemand mit den betten rum gespielt also wo war es hier vorne wenn du medizinisches personal baust dann gehe quasi in den medical bereich so einmal auf die schnelle frei übersetzt so ich hol schon mal die starterlaubnis 11 11 11 12 12 13 23 24 25 25 Und ab in den Himmel. Und jetzt heißt es, was das angeht, nur noch steigen, steigen, steigen. Und hier ist dann auch das Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns demnächst einmal wieder. Bis denne. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020